. Also die roten Punkte, die wir da drauf sind, die will sie anzeigen. Alles andere können wir reinlassen. Ja? Am besten geht es ja von Reihe nach Reihe. Von der untersten Reihe. Dann die hier, die hier, dann die. Dann die Tangenten. Dann da oben, die hier und unten zwei. Das Papier reicht, das ist auch egal. Das Papier reicht, das ist auch egal. Das Papier reicht, das ist auch egal. Okay. Wir setzen sie an. Sch aku? Genau. Ich mach dir weiter zum Satchen. Ach der nenn sei. Ach der ne zahlen. Dann wissen wir so sagen einfach mal. Der zahl des Chання. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das hier ist hochwertiges Resonanzbodenholz. Stehende Jahre. Keine Äste. Keine Harzgalen drin. So viel ich weiß, ihr habt keine Kunden wenigstens. Das Zeug haben wir gekauft als Abfallholz vom Resonanzbodenhersteller. Abfallholz deswegen, weil normalerweise von Klavier kann man diese Bretchen, die kurzen Bretchen, nur für Außen nehmen. Weil wir haben ja das Schräg drin. Und da gibt's halt... Die meisten sind ja ganz lange Bretter. Und die, die zu kurz sind, wie hier, 170, ist bei denen Abfall. Da könnt ihr ein paar verwenden. Und der Rest fliegt einfach... Das war's. 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 Dürfenst du Hohen sollst Du Dolem Michat framed aus. Und darf es analytic. Dass du wahst. Alsdolfe Fahrstok und mache bisher. Das hat auch schon für die Worteilung gr wild niemals leben. Chats ingen abonnierst ma accompanied auf der Quellen Menschen und ihr voll solltet. Zum Neunen permeiert eure Inspelung. Musik 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 Amen. 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 Amen.